hallo kommt zurück zu einer weiteren folge der shop hier auf diesem kanal sofort und gleich und ja heute war wieder an der linken seite und zwar ist heute wieder ein set von joc bei uns ist der schlachten und ja der schlachten und ist normal ich gehe mal da drauf jetzt hier so sieht relativ nice aus wenn man sich den mal genauer betrachtet ist eigentlich schon ganz cooler skin muss ich sagen aber ja ich weiß ja nicht wo guckte denn der guck durchs maul durch sie aus erzählen schwarzen schwarzen schädel darunter einen schwarzen toten schädel guckte das mal genau an sie ist seine zähne was sollen die ist doch das sind seine zähne sind doch die augen das sind seine zähne und diese zähne wurden da nicht die zähne da vorne ich meine nicht die zähne davon soll ich meine wenn du hinter die zähne guckst siehst du ein schädel und das ist ein schwarzer toten schädel so dass sie ist die augenhöhlen und du siehst unten die nasenhöhle so kettenhemd hat er noch drunter an lederwams ja ich gebe drauf sieben von zehn ich finde die ziemlich cool muss ich sagen und würde darauf acht von zehn acht ich finde die ziemlich geil der patronen gut ja ja ist auf jeden fall von zehn mit seinen ganzen munitions wenn es mal so wäre aber das wäre auch nicht so schön weil dann ging es wirklich auch wieder also können sich andere firmen mal ein scheibchen von abschneiden hier geht es auch ohne peter wenn die leute zahlen trotzdem meine geld dafür einfach ein bisschen cooler aus so der patronen gut ja ich finde den auch ziemlich cool sieben von zehn sieben von zehn ja ich habe acht von zehn so die stopp achsen ja die finde ich sie ziemlich kacke ja ich würde sagen da gibt jetzt mal wieder ein von zehn ich gebe zwar zwei von zehn immerhin zwei die zeit mega nice cyborg skin da gebe ich neun von zehn ja das sieht ziemlich geil aus da schließe ich mich die an also neun von zehn kommt ganz gut hin ja auch ein fliegen lassen ja direkt über die klippe sehr geflogen es ist nichts also ist auf jeden fall ziemlich cool das gehen die mode und aber trotzdem zehn von zehn gebe ich nicht drauf aber ich gebe acht von zehn doch 0 von zehn haben wir was so habe ich ja auch schon ja und das kann man hier wieder machen weil er ist echt schlecht schlecht 0 von zehn wo ja nein pink kristalle fangen du an was solchen dazu sagen was soll ich dazu sagen keine ahnung vier von zehn ich kenne es doch ich kenne es doch ich kenne das ding muss damals schon was noch mal ich muss die klappe halten dabei den finde ich ziemlich gerne das ist einer der wenigen die monster gibt zehn von zehn drauf also ich würde sagen ein von zehn kommt hin sehe ich genau so also wenn ich das video gefallen würde ich mich selber liken auch noch ein bisschen noch an uns tschau tschau